In zwei, drei Sierra, rollen Sie zur Runway 19 rechts und warten Sie auf Startfreigabe. Roger Tower. Zwei, drei Sierra, Sie bekommen als nächster Freigabe für Take-off. Roger Tower. Danke. Guten Abend, Ladies und Gentleman. Ich freue mich, dass Sie am Jungfernflug des neuen Flugzeuges der Stevens Corporation teilnehmen können. Ich wünschte, ich wäre bei Ihnen. Wer ist das? Wenn Sie wissen, bin ich hier unten in den Park. Das ist dein Großvater. Habe ich ihn schon mal gesehen, mal? Als du noch ganz klein warst. Wie klein. Oh, ich würde sagen, etwa so. Inzwischen hoffe ich, dass Sie viel Spaß haben. Genießen Sie den Flug.